Willst du wieder Military? Und... Schule würde ich jetzt sagen, oder? Müssen wir ein Stück fahren? Wenn wir Military fahren. Ja, Military, Schule oder Georg? Also wir haben jetzt die freie Auswahl. Sag was, schnell. Äh... Ja, lass Georg. Okay. Military war jetzt ein bisschen zu spät. Go? Go! Einer ist schon mal neben mir gewesen. Okay. Gucken wir mal, aber der hat sich irgendwie direkt bisschen gedreht. Vielleicht dreht er ja ab. Ich sehe jetzt gerade nicht weiter. Hinter uns sind drei Fallschirme, die schon geöffnet sind. Die wollen doch nicht... Die wollen wahrscheinlich keine Ahnung, wo die fliegen wollen, oder? Und sonst sehe ich eigentlich bisher keinen. Mal gucken, wie viele Fallschirme gleich hier aufgehen. Ja, Mann. Oh, ich hab den Dropfall verpasst. Scheiße. Oh, scheiße. Nee, ich hab's auch verdattelt grad. Aber... Sieht ruhig aus. Allein? Alter. Ist du irgendwo Fallschirme? Nö. Das wär der Shit, Alter. Das ist jetzt wirklich der Shit. Wir sind allein. Nice. Okay, ich geh dann erst in die drei Hallen. Okay. Ich lande hier hinten an den Containern. Das mach ich sonst nie. Weil die drei Hallen immer von irgendwelchen Gegnern besetzt sind. Direkt. Immer. Instant. Ja. Boah, nice. Jetzt weiß ich auch warum, ey. Direkt am Eingang eine Dreierweste gefunden. Jawohl, Alter. Warte. Runter gesprungen oder daneben? Nee, nee. Ich hab noch Glück gehabt. Okay. Ich kenn dieses Ohr. Man hört es öfters, ne? Ja. Punkbrille hab ich gefunden. Nice. Dann... Punkbrille, ja. Soll ich aufhören? Ja, eigentlich könntest du dich irgendwo in die Ecke stellen und warten. Okay. Mach ich. Ich flieg schnell durch die Map und kill alle. Dafür hab ich einen stylischen Mantel. Also wir sind jetzt safe. Ja, dann müssen wir eigentlich gar nicht mehr spielen. Wir müssen uns einfach in die Zone stellen. Ganz offen aufs Feld. Ja. Und die beschmeißen sich dann selber mit Granaten und so. Genau. Das ist der Cheat. Das wär so lustig, Alter. Alter, das wär der... Das wär ein Traum. Ich würd mich totlachen. Shit, ja mein Mantel. Killt euch alle selbst. Brille und Mantel. Tötet euch. Ich hab keine Lust mehr. Scheiß Spiel. Immer das gleiche. Ja, Mann. Immer diese OP-Typen. Hier ist noch ein Dreier-Rucksack. Oh, nice. In der ersten Halle vorne. Nimmst du dir, oder? Ich hab einen. Oh, krass. Zwei Stück vielleicht? Ja, Mann. Ja, dann markier das mal. Hier ist noch ein Dreier-Weste. Oh, nice. Ich markier dir die Weste. Du dir den Rucksack. Dann haben wir schon mal was Gutes. Ja, Mann. So, das ist oben im Container drinne, ja? Was? Achso, okay. Ja, und hier einfach nur in der ersten Halle, ganz vorne. Okay, nice. So, ich guck hier schnell durch. Was gibt's noch? Einen roten Punkt. Eine Waffe bräuchte ich jetzt mal. Ja, ich hab auch nur eine Schrot, ne? Ich hab gar nichts. Also, zwei Granaten. Bin die drei Hallen durch... Oh, was? Du hast nicht mal eine Schrot gefunden? Okay. Das ist noch krasser. Ich dachte schon, ich hatte Pech. Nur um P90 gerade. Ja, ey, wir haben hier, wenn wir in der Zone sind, was wir nicht sind, aber wir haben hier richtig schön Zeit auch, ne? Hier wird auch niemand kommen, denke ich. Nö, denke auch. Wir sind außerhalb der Zone und es ist niemand in der Nähe gelandet. Ja, hinten in der Stadt, glaube ich, oder? Ja, aber die werden auch da jetzt bis zur letzten Sekunde mit dem Looten beschäftigt sein. Ich denke auch. Dann einfach eine Karre suchen und durchfahren. Also, wenn die bei uns anhalten, dann sind die wirklich krank. Ja. Ja, 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 ja. Genauso lotsüchtig wie wir. Ja. Wolfskönig, hey, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, mein Freund. Alles klar bei dir? Klar schafft er das. Nicht. Hm. Hallo. Jetzt haben wir uns so gefreut wegen Georgopol. Ja. Okay, ich habe eine M4 gefunden. Nice. Sehr gut. Ja. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, wir haben nicht mehr so viel. Wir haben maximal noch zwei Minuten. Oh, shit. Ja. Mal schnell sein. Noch schneller. Dann muss ich echt nochmal ein bisschen Gas geben hier. Ja. So, Felix, hey, herzlich willkommen. Dich habe ich ja noch gar nicht gelesen. Entschuldigung. Und Matschi, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich hoffe, wir werden Erfolg haben. Mein Aim dürfte jetzt besser sein. Ich habe die Maus mal ein bisschen runtergestellt. Die Empfindlichkeit. Habe ich gestern einen Tipp von Detro bekommen. Ich glaube, der war nicht verkehrt. Der Boy sieht einfach alles, ey. Nice. Hast du mittlerweile eine Waffe? Ja. Eine M60, glaube ich, ja. Ja, M16. Okay. Wenn ich jetzt noch was zum Snipern finde, bin ich schon fast zufrieden. Ja, da, das ist, genau so geht es mir auch gerade. Um P9 brauche ich nicht. Meine Karte kommt spätestens drei Wochen. Oh nein, du Arme. Da musst du noch ein bisschen warten, ne? Aber die Zeit geht auch vorbei. Jetzt hast du es so lange mit der alten Grafikkarte ausgehalten. Jetzt machen es drei Wochen auch nicht mehr fett, würde ich einfach mal behaupten. Ja, würde ich auch sagen, ey. Dafür ist die Freude umso größer, wenn das Ding da ist. Genau. Vorfreude ist die schönste Freude. Ja. Ach, da liegt eine Ska. Ja. Da kann das Chicken ja nur drin sein. Ja, da hast du recht, Alter. Wenn du Bock hast, kannst du natürlich gleich eine Runde mitspielen. Also, ich glaube nicht, dass Jones was dagegen hat. Nee, also, wenn er mitspielt. Ich kenn ihn zwar nicht, aber ich bin mir sicher, ich bin dann total angepisst. Was, du kennst Machi nicht? Ach, Machi? Ja, ja. Wer ist denn das? Der Arme hört sich schon so komisch an. Ganz Crazy Boy ist das. Nee, nee, Machi kann ruhig. Ausnahmsweise. Ist doch immer lustig. Nee, nee, na klar, Bro. Nee, setzt glaube ich aus. Ich geh glaube gleich schon schlafen, bin müde. Ja, wir können heute auch nicht so lange machen. Also, ich zumindest nicht. Oh, nein. Doch, da komm ich dran. Oh, ich sollte mir mal schnell den Rucksack holen, Mann. Die Zone moved schon. Hast du irgendwelche Boosts? Nicht wirklich. Okay, ich habe Boosts. Ich hole mir den Rucksack, dann gebe ich den Boost. Dann können wir noch ein paar Sekunden länger aushalten. Sehr, sehr gut. Also, die neue Zone ist auch nicht so weit weg. Wir müssen nur nach hinten zu den Häusern mit der Garage laufen. Okay. Also, das geht schon. So, du hast gesagt, da vorne direkt an der Halle. In der Halle, genau. War ich jetzt hier in der Halle? Komm, gib mir irgendwas zum snipen jetzt. Ja, ich habe auch nur zwei Automatikgewehre, aber immerhin. Ja. Sniper habe ich leider auch nicht. Ich habe nicht mal einen Sucher gefunden. Nur einen Zweier. Aber der bringt ja jetzt nicht so. Vierer und einen Rotpunkt. Also, wenn du da irgendwas brauchst. Also, den Vierer würde ich ungern abgeben, aber den Rest... Ja, nur das, was du abgeben kannst. Ja. Also, das, was du selber brauchst, kannst du natürlich gerne behalten. Aber einen Rotpunkt, wenn du den abgeben kannst, dann würde ich den schon nehmen. Ja. Auf jeden Fall. Weil dann habe ich auch beiden Waffen eins drauf und dann freue ich mich. Hehehehe. So, hier bist du drauf, dann gehe ich mal da drüben nochmal drauf. Ja, da wollte ich jetzt auch gerade, ich bin nämlich hier durch, aber... Okay. Mach, 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 mach. Ich kann auch einfach durch und nicht jumpen. Na ja, alles gut. Komm mal trotzdem, äh, wo bist du denn? Ja, hinter dir. Ich wollte dir einen Wurst geben, oder? Oh, nice, ja. Äh, so aufteilen, eins, fallen lassen. So, da ist einmal Schmerzmittel. Der Rotpunkt, ne? Nice, danke dir. So, dann können wir nochmal ein paar... Sie können schon... Also, die Zone ist bald bei uns, aber wie gesagt, da ist nicht weit, das können wir hier noch ein bisschen... Okay. Aber dann kann ich auch 4K spielen. Nice. Wahrscheinlich Arc, ja gut, Arc wird auch in 4K gehen, aber nicht flüssig. Ja, das ist echt schwierig bei Arc sozusagen. Also, wenn ich ohne Stream in 4K spiele Arc, äh, habe ich glaube ich 40 FPS. Naja, ich drehe auch schon immer so trotzdem, also obwohl es eigentlich flüssig läuft, immer so die Schatten und so ein bisschen runter. Ja, auf jeden Fall. Damit es, äh, auch in krasser Action, also wenn jetzt voll die Effekte sind oder sowas, weißt du? Dann, dass es da nicht auf einmal absackt. Auf jeden. Warst du hier auf dem Container? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir waren jetzt mittlerweile überall. Außer, ganz hinten im Westen waren wir glaube ich noch nicht, aber da haben wir jetzt keine Zeit mehr. Okay. Ach, lass uns einfach hier zu den Häusern rennen. Siehst du, du siehst ja meinen Namen, ne? Ja, ich komme. Geh schon mal so ein bisschen in die Richtung. Japp, japp. Wow. Guti gut. Dann müssen wir vielleicht auch die Boost nicht benutzen. Sorry nochmal. Was denn? Wolltest du ja gerade was sagen, oder? Ne, ne, ich habe nur guti gut gesagt. Achso, okay. Also bei mir lag das Stream nicht. Was, echt jetzt? Ihr habt lags? Warte mal kurz. Warte. Warte. Muss ich. Seite Leunaden. Äh, Leunaden. Auch geil, oder? Also bei mir läuft es flüssig, Freunde. Vielleicht mal F5 drücken? Äh, also das ist so, wie soll ich erklären? Die Rennanimation ist immer schnell, langsam, schnell, langsam. Aber das ist nur so ein... Echt jetzt? Ganz kleiner. Oder? Warte mal. Ich renne mal an dir vorbei. Ne, ich renne normal bei dir. Jetzt rennst du auch normal. Ne. Hä? Die Animation von deinem Charakter ist glaube ich bis hin. Das kann sein, ja. Warte mal. Ich guck mal. Also das sieht bei mir auf dem Bildschirm genauso aus wie im Stream. Deswegen dann leckt wahrscheinlich der Charakter. Das kann sein. Der Stream kann nicht lecken. Das, äh... Äh, schmeiß dir mal den Boost rein. Achso, ja. Hier, willst du eine Sniper, ne? Ja, ja. Hier liegt eine K direkt neben mir. Brauchst du die nicht? In der Halle. Ne, ne. Ich bin kein K-Schütze, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich auch nicht. Aber... Üben. Ja. Wow. Auf. 15 Schuss, alter. Äh, ich habe eine M16 und eine Skar. Es sind zwar zwei Automatics, aber ich weiß nicht, damit komme ich irgendwie meistens besser klar. Guck hier noch schnell. Wenn du eine gelbe Muni findest, nimm die mal bitte mit. Äh, für die K, ne? Ja. Genau. Ich habe einen Vierfach-Sucher gefunden, den kann ich dir gleich geben für die K. Vierfach habe ich. Okay. Brauche ich. Also kannst du dir gönnen. Ja. Nice. Äh, alter. Hast du... Oh Gott, sorry. Ich habe nicht mal eine Waffe gezogen. Äh, hier oben liegt gelbe Muni. Warte, ich komme. Nehme ich jetzt einfach durch. Oh, habe ich jetzt ein Päckchen aufgehoben? Ne. Doch, das ist die 762, die kann ich hier eigentlich hier. Perfekt. Ah ja, ich habe eine Menge davon gehabt. Ich habe dir jetzt noch mehr dahin gedrobt. Nice, danke. Jetzt dürfts rein. Bitte, bitte. So, hier runter. Hier gibt's auch nichts. Und dann lass uns einfach hier schnell in die Border rennen. Ist ja direkt vor uns. Perfekt. Verlieren wir echt zu viel HP. Ach, warte, warte. Ich heile mich mal kurz mit einem Verband. Ein, zwei Verbände. Dann hole ich das Motorrad. Ich guck mal. Ja, naja. Eigentlich... Eigentlich könnten wir, wenn wir direkt laufen, auch ganz lieb durchrennen. Warte, meinst du Motorrad oder Laufen? Ich hole das Motorrad. Du sagst ja nichts. Ah, sorry. Ich war gerade abgelenkt. Genau. Hol das Motorrad. Hätte ich mich auch für entschieden. Oh, da ist einer. Ja, ich wollte gerade sagen. Das hat sich angehört, als fährt da noch jemand. Warte, ich gucke mal. Die halten auch gar nicht an. Die fahren immer weiter. Lisa, hey. Herzlich willkommen. Machen wir mal hier über die Brücke. Ah, da steht ein Auto. Okay. Wir fahren mal weiter. Hehehe. Alter, was wackelt das denn so hin und her? Schüsse auf uns? Ja, das ist als Beifahrer. Schüsse auf dich, was? Ne, waren gerade Schüsse auf uns. Nochmal. Ich hab's wieder gehört, ja. Ja, das sind wahrscheinlich die Jungs, die von da drüben oder hinten im Haus landen, wo das Auto statt. Pass auf, Bombenzone. Ja. Eigentlich wollte ich ja nicht hier langen, aber machen wir's mal so. Hehehe. Brrrr. Hehehe. So, kurz mal nach hinten. Checken. Ist nichts. Lass mal hier absteigen. Weil wir sind jetzt in der neuen Zone. Und ja, raushocken ist ein bisschen gefährlich, aber wir sind ja auch schließlich zwei Trows. Ja, klar, Alter. Die holen wir uns doch hier. Warte, schaffe ich das? Ach ne, da ist ein Gitter. Schade. Hehehe. Aber wir können hier mal schnell gucken, ob man durchfliegen kann. Hallo? Ach so, sorry. Ne, ne, da ist nichts. Das ist nur so ein Fissdurchgang. Hier ist der richtige, glaube ich, ja. Okay, ich guck mal in der Halle. Mal schön vorsichtig. Jep. Boom. Der wär ja bei uns nichts Neues, ne? Ne. Ne, das wär echt nichts Neues. Aber wir gucken nur kurz, ganz kurz getrennt irgendwo. Boom. Einer von beiden. Weggeschnitzelt. Oder beide. Instant. Okay, es sieht so aus, als wäre hier schon jemand gewesen. Ja, naja, hier ist alles zu, aber hier gibt's irgendwie auch nichts zu looten. Ja, hier hinten ist die Tür auf, deswegen. Äh, Holo-Visir brauche ich nicht. Armbrust, super. Äh, K-Muni hast du ja jetzt genug, oder? Ja, ja, 70. Ja, okay. Die werde ich nicht verballern. Ja. Da unten, die Häuser sind auch schon gelootet. Ja, warte, ich komm mal jetzt in deine Richtung, hier ist auch nichts drin. Wo geht's hier raus? So. Oh, liegt da eine Lootbox? Warte mal, ich muss abscopen. Tatsache, da liegt ein Airdrop. Okay. Äh, im Norden auf dem Hügel. Wow. Warte mal, ich geh mal hier wieder aufs Dach. Tatsächlich. Vielleicht kann ich da Leute sehen, die gerade an den Loot wollen. Lisa, hast du dich ein bisschen erholt? Geht's dir besser? Ey, der ist echt frisch. Wäre schon fast dafür, dass wir da hingehen. Boah, meinste? Ich glaub, die Idee haben noch... Da fährt ein Auto. Bei Norden. Oh, oh. Die fahren zum Drop. Ah, ja, ja, ja. Ich seh's. Ich seh's, ich hab's gesehen leider. Dann warten wir einfach und dann versuchen wir die von hier irgendwie zu holen. Oh, das wär nice. Wenn die uns das Loot bringen. Ach, die sind echt da, glaub ich, hinter dem Huckel verschwunden. Und die bleiben in Deckung, oder? Ich guck grad in die andere Richtung. Zeigt euch. Ich versuch irgendwie so ein paar Hauscamper zu erwischen. Wir sind schon im nächsten, in der nächsten Zone. Also das wird ein Häuserkampf. Mach dich auf was gefasst. Alter. Schüsse? Von da oben, oder? Ja, wahrscheinlich ist da oben auch jemand im Haus. Irgend so ein China-Camper wahrscheinlich. Ja, ja. Drecksäcke, ey. Entschuldigung. Der Ballerballer. Ja, komm. Komm zu dir, damit wir mal zusammenbleiben. Hast du eigentlich ein Vorbild? Boah, du. Das ist ne super Frage. Und ich bin grade überfordert mit der Frage. Müsste ich jetzt echt nachdenken. Also ich hab niemanden, wo ich jetzt instant sage, das ist mein Vorbild. Müsste ich keinen. Hast du denn eins, lieber Wolfskönig? Läuft's jetzt wieder besser bei euch? Da hinten, Auto, der fährt's. Warte. Wo der hinfährt's. Ah, der ist hinterm Hügel verschwunden. Okay, den werde ich jetzt nicht mehr sehen. Hm. Da oben, jetzt se... Boah, wär ich mal auf dem Dach geblieben. Die haben den Kampf um den Loot gewonnen, die Typen aus dem Auto. Okay. Ich hab, ich hab gerade einen da hoch, äh, rauf rennen sehen, zum Loot Drop. Ah. Ah, du wärst mal auf dem Dach geblieben, Alter. Ja, wenn ich jetzt da hinrenne, ist es zu spät. Der lootet und haut wahrscheinlich ab. Caro, hey, I'm a rich kid ist am Start. Grüß dich. Geht's dir gut, meine Liebe? Noch ein bisschen schlapp, oje. Dann weiterhin gute Besserung. Ähm, sorry. Ich war grad... Ja, NP, kein Problem. Die müssen doch jetzt hier runter kommen, oder? Ja, ja, wir müssen hier auch runter. Wenn wir hier bleiben, das ist... Ich will nicht campen, Alter. Ich verfluche immer die Leute, die das machen. Ja, und dann machen wir es selber, gell? Ja. Ne, ne, das will ich echt nicht. Ah, da oben geht richtig die Gaudi, Alter. Ja. Ja, ich versuchte auch gerade irgendjemanden zu sehen, aber... Ich seh... Alles noch hinter dem Hügel, ne? Ja. Also vom Hausdach hier, da ging das noch ein bisschen. Okay. Aber da will ich jetzt auch nicht wieder hochrennen. Ne, ne. Da unten, das war unser Motorrad. Ähm, hast du hier unten die Häuser abgescoped, die Türen? Ja, ja. Okay, hier ist aber zu, ne? Ne, die nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, lass mal hier gucken, ob wir hier noch bisschen was looten können, vielleicht. Ne, dass da auch schon wieder einer drin hängt, ey. Pass auf, gell? Ja, ja. Ich rechne nicht an damit. Äh, äh, ja, sorry, ich muss mal ganz kurz, ganz kurz, AFK, ganz kurz, sorry, Alter. Ja, kein Problem, Alter. Mach ruhig. Jetzt, Freunde, ey, jetzt haben wir so eine geile Position. Ich hoffe, der Jones kommt schnell wieder und wird jetzt nicht weggeschnetzelt. Ähm. So, ich bin wieder da, sorry, Alter. Ach, alles gut, Mann. Kein Stress. Ja. Na, ist halt ein bisschen, äh, unpassend, ne, mit einem Gefecht. Gibt's Schlimmeres. Ja, hast du recht. Also, ich hab hier noch ein paar Erste-Hilfe-Koffer, da kann ich dir gleich welche droppen. Äh, ich hab vier Erste-Hilfe-Koffer, eine Sanitasche. Ja. Also, ich würde höchstens noch einen Boost nehmen, wenn du hast. Äh, Boost hab ich auch nur einen. Okay, dann, dann hat sich das erledigt. Jo, dann haben wir gleich, also ich hab jetzt auch vier Erste-Hilfe-Koffer. Äh, ich trau mich jetzt einfach mal ganz mutig auf dem Dach hier. Hehe, geiler Typ. Und hoffe, dass ich nicht abgeböllert werde hier, Alter. Hä, hier muss es doch noch irgendwo hochgehen, oder? Äh, im Südosten auf dem Hügel steht ein, äh, so ein Geländewagen. Die werden, könnten am Wasserturm da sein, weißt du? Hm, ich, ja, ich seh's grad nur beschränkt. Aber hast recht. Warte, ich versuch mal die Gegend ein bisschen. Weil es wird immer enger und wir sind immer noch in der nächsten Zone drin. Da ist unser Motorrad. Auf dem Berg. Also da im Norden waren ja auf jeden Fall welche, die zum Drop gegangen sind. Ansonsten, letztlich mal hocken hier überall in den Häusern welche, ne? Denke auch. Weil ich seh sonst echt niemanden mehr. Hundertprozentig. Und die Zone, guck mal auf die Map, wie klein die Zone sind. Wir sind schon wieder mitten in der Zone. Hehehehe. Hey Poki! Komm schon, fall über mein Kopf. Pan dürfte ab und an nicht zu schreien. Komm schon, komm schon. Hä, wer ist Pan? Alter. Boah, der ist closed, Alter. Der ist direkt im Süden. Der ist zwar eine wirklich sehr freie Fläche. Alter, du willst doch jetzt nicht... Aber wir haben ja hier unten ein Motorrad. Ah, ich seh einen. Warte, der ist im Südwesten, rennt gerade den Bügel entlang. Hat sich hingeschmissen. Zeit alleine zu sein. Ich seh halt nichts. Ah, da wird auch gerade geballert. Ich glaub, der hat da... Oh, Alter. Hörst du, ne? Ich glaub, die kommen alle von da, oder? Ja, ja. Zumindest ein paar. Von dem Hügel werden bestimmt welche kommen. Weil das ist eine gute Stelle. Wir müssen auch von hinten aufpassen, ne? Ich guck die ganze Zeit Süden und Norden. Okay. Osten, Westen ist bisschen schwierig. Obwohl Westen kann ich auch noch gut überblicken. Ich würd gern zu dir ins Haus kommen. Aber ich werd jetzt auf jeden Fall den Drop ausspähen. Oh ne, der ist hinter dem Hügel gelandet. Ja, ich hab's grad gesehen. Ich komm mal zu dir ins Haus, net erschrecken. Ja, ich bin oben auf dem Dach. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Ach, das Geländewagen ist weg. Verdammt. Ja, Alter. Ich hab's auch nicht gecheckt. Guck mal, wenn du hier stehst, wo ich stehe, dann kannst du halt nur den Süden beobachten, ohne von hinten abgeknallt zu werden. Hast recht, ja. Weil wenn du hier stehst, bist du wirklich offen. Ja, ja. Hast recht. Danke. Mal hinter uns noch mal kurz. Ne, da wird keiner mehr kommen. Ja, immer von hinten aufpassen. Haut jetzt richtig rein. Wow, Schüsse. Oh. Schüsse auf dich. Komm, 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 komm. Ja, ja. Ich hab vor lauter Schreck geschossen, ey. Warte, ich heil mich mal kurz. Das kam sicher aus dem Norden dort. Ja, ja. Safe. Irgendwo neben dieser Halle müssen die sein. Anders kann ich's mir nicht erklären. Weil die Zone ist direkt bei der Halle. Ich seh halt gar nichts ein. Guck du mal. Oder? Die kamen von da unten. Ich behalte hier den Süden noch im Auge. Ja. Guck mal in den Süden. Ich versuch mal den Norden ein bisschen weiter auszuchecken. Wo haben die geschossen? Ich glaub das blaue Haus, ne? Ich konnt's auch überhaupt nicht lokalisieren. Ja, ich denke das war das blaue Haus. Weil da ist die Tür offen auf dem Balkon. Ich hatte die zugemacht als ich rausging. Okay. Da. Scheiße. Äh, ja, ich seh einen. Äh, ich weiß wen du meinst. Komm du Hund. Okay. Der hat sich da am Baum verschanzt. Ja. Oh, oh, oh. Schüsse auf mich wieder. Vorsicht. Das kommt aus dem blauen Haus, oder? Ja. Nee. Ah. Das kam von woanders, Alter. Das kam... Das kommt vom Süden. Der schießt auf mich, aber der trifft mich nicht. Komm weg da. Heilt mich mal nochmal. Der muss unten sein. Der ist bestimmt nicht auf dem Hügel. Der ist irgendwo im Süden. Weil die Schüsse kommen ganz gerade von unten. Okay. Ich mal da rüber. Warte mal. Vielleicht seh ich ihn, ja. Aus dem Haus da gewesen? Nee. Da sind die Fenster heil. Oh. Ach so, die Zone wir sind... Ja, kommt mal. Kommt mal ran hier. Egal. Die müssen jetzt rennen. Ja. Da sind wir im Vorteil. Weil wir sind in der Zone und die nicht. Äh, Wolfskönig, ich weiß, dass es nicht synchron ist. Oder danke, dass du mich nochmal drauf hingewiesen hast. Aber ich musste das gestern umstellen, weil ich auf der PS4 gestreamt hab mit der Elgato. Aber danke für den Hinweis, ich ändere das gleich. Ach man ey, die sind... Die werden alle hier in den Häusern hocken. Hier, na obwohl... Da, 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 kriegt einer. Wer ist da? Äh, bei 330. Ausgekillt. Nice, nice, nice. Ja, dann hat er versucht uns zu umlaufen. Der Penner, ey. Der bestimmt auch eben. Ach scheiße, wir sind nicht mehr in der Zone gleich. Okay. Wir müssen ins Nebenhaus. Also wir müssen hier auf jeden Fall Richtung Nordosten. Osten. Okay. Äh, ja, können eigentlich auch bisschen in Südosten gehen oder so. Aber wir müssen auf jeden Fall in 30 Sekunden move'n. Ey, Alter. Ich brauche mich gar nicht mehr aufzustehen hier. Bist du schon runter? Ja, ich bin unten. Ich checke gerade noch die Lage. Okay, warte. Ich gucke mal, ob ich noch... Ach, verbannt geht nicht. Scheiße. Okay, ich komme runter und dann müssen wir... Äh, komm mal hier aus dem Fenster. Warum sind hier überall Gitter dran? Wollen wir hier hinten rum? Komm, hier ist noch ein Ausgang. Hinten rum. Oder? Ja, ja. Warte mal, weißt du, was ich jetzt mache? Was? Bin jetzt übermütig und versuche mal den Typen zu looten. Dein Ernst? Ja, Mann. Brauchst du Loot? Ich brauche Wuster, Alter. Wo lag der denn? Ach, scheiß drauf. Ich komme wieder zurück. Ich finde den nicht. Ja, besser ist das. Der lag ja eigentlich hier oben irgendwo, aber ich sehe seine Kiste nicht. Hier ist das Problem, wir können hier nicht aufs... Du bist dann mit dem nächsten Haus, ne? Ja, ja. Hier ist das Problem, wir können nicht aufs Dach. Ui, 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 alter, jetzt werde ich hier zum Haus campbar, ey. Naja, was willst du machen? Das ist das beste Schutzkarte. Ja, komm, alle Türen zu machen, so tun, als wenn hier niemand ist, dann machen wir halt richtig Chinamann. Hehehehe. China campbar number one. Ja. Nobody is here. Dieses Haus ist closed. Hehehehe. Keine L da. Keine L da. Wollen Sie looten? Viel zu. Oh, da lang. Da lang. Da lang. Da lang. SR. Hier gibt es einen Mündungsfeuer-Dämpfer für dich, wenn du brauchst für deine K. Ehhh. Ja. AR würde ich mir nehmen. So. Viel zu. Und jetzt wieder. Schüsse kamen ja jetzt aus. aus dem Norden, ne? Hab ich gehört. Ja. Dann müssen wir mal aus den Fenstern immer ein bisschen abchecken. Oh nein, die nächste Zone ist wieder ein Schritt weg. Warte mal. Wow. Ja, hier kommen Schüsse. Ja. Ich sehe niemanden. Aber wir müssen hier auch gleich wieder raus. Ja. Eigentlich jetzt, ja. Ja. Wow ey. Sind noch neun Leute am Leben. So warte mal. Ich mach mal Tür auf. Gucken, ob einer gleich drauf böllert hier. Ne. Hier kann ja keiner sein. Oh man, da oben wird bestimmt einer sein. Aber ich laufe jetzt hier hinten rum. Oh. Ich habe im Haus vor uns, glaube ich, am Fenster einen vorbei rennen sehen. Okay. Vorsicht. Hier in dem Haus. Da wo ich gerade hinrinne, dachte ich. Okay, jetzt. Da oben, oben. Oben. Auf dem Hügel, wo die Halle ist. Im Westen. Bin ausgenockt. Ich versuch mal, ich bin in die Zone, aber drinnen. Krieche mal hier in Sicherheit. Oh nein, nein, nein. Wo ist der? Oh du. Der fucker hat mich gefinished, ey. Wo, 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 Jones? Der ist von immer noch da oben. Im Westen auf dem... Ah, ich sehe ihn. Gehittet. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, okay, da kann man aber von woanders hin. Daaaah. Egal, Alter, platzt die, Junge. Schade, nicht schlecht. Genau da, wo du hingezielt hattest oben und dann war unten noch einer wahrscheinlich. Uh. Ja, okay, den hast du.